So, wie versprochen geht's weiter mit Birdie. So, wie versprochen geht's weiter mit Birdie. Bam, bam, bam! Okay, das läuft auch ganz gut. Bam, 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 bam! Und eine dicke Kopfnuss. Er braucht sein Essen, der Birdie. Wenn er sein Essen nicht mehr bekommt, dann bringt er sich um. Das darf nicht passieren. Eine Indianerin. Der Arme. Alles umsonst. Der Arme. 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 So, das wäre auch erledigt. Geh mir aus dem Weg. Verpiss dich dahin, wo du hergekommen bist. Wird sehr witzig. Was haben wir noch nicht gesehen? Sie haben auch schon gesagt, was das zu sagen. Und... Was haben Sie noch etwas gemacht? Na, ob wir das, was ich? Okay, ich habe mich geholfen. Das ist meine姉. Ich bin gerade hier. Das lässt sie natürlich nicht so. Deswegen... ... sie ist nicht! Ich... ... sie... Ich weiß nicht, ob ich nicht so. Ich weiß nicht, wie ich... Ich weiß nicht... Ich will noch mal in den Ecken des Weges. Diese ist so cool. Ganz eigenartig. Da haben sie wohl recht. So, was war das zu tun? So, ich weiß nicht. Ich weiß nicht... hoffentlich wieder das kenne ich will nicht als sie spielen ja 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 Oh! Hm. 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 Äh. Weißt du, was du mit dem Masudari? Vielleicht ist es ein Zeug? Ich bin wieder raus. Lass dich. Du bist das Wälder. Dicapria. Könnte ich mir denken Oh, oder mit gar keinem, alles klar Oh, endlich müssen wir mal mit geil kämpfen Zangief macht hier auch relativ viel Spaß Oh, Barock, sehr geil Die sind alle so hässlich Komm schon, Sonic Boom in die Fresse, sofort Oh, ist schon cool, aber was ist ja mit ihr? Sie hat so einen eigenen Special Move und so, die kommen bestimmt alle ins Spiel rein Ich bin, wow, das muss so sein, oder? War total geil mit dem Sperr und so, was er da gemacht hat Nur dieses einheitliche Outfit macht dann natürlich sehr wenig motivierend in meinen Augen Immer mit den Leuten zu spielen, mit den Puppets, oder wie die heißen Oh, Zangief gegen Barock Enjoy die Bombs aus, bis jetzt los! Super schnell, bis jetzt los! Tief, bis jetzt los! Super schnell! Es ist alles sehr cool aus Dege Emitar So, ich krieg das Das ist der Anlauf Ah? Das ist der Kahn, oder? Hm, wie ein Brusthahn, versteckst du. Hm, die sollen jetzt ein Problem darstellen. Die haut es einfach um. Aber, muss ja dramatisch sein hier. Es muss dramatisch sein. So, zurück in New York. Wen suchen wir da nochmal? Ach, den Alex, okay. Hm, alle so holzköpfe hier, ne? Ich will ihn packen. Okay. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, so einige Puppen haben wir jetzt schon. Keine Puppen, Figuren. Wie viele sind das? Acht oder neun? Monde da, die wir ausschalten müssen. Einfach umhauen. Einfach umhauen. Das ist nicht wahr? Dann bin ich... Es ist gefährlich. Ich bin ich zu schützen. So, die Capri ist auch ganz cool hier, aber war in Street Fighter 4 auch wieder ein Charge-Charakter, leider. Konnte ich nicht so viel mit anfangen, mit Cammy schon mehr, Cammy war sehr cool. Ist es hier höchstwahrscheinlich auch. Nur, dafür müsste ich mich mal richtig hinsetzen, mich mit dem Spiel beschäftigen, das mache ich in letzter Zeit leider nicht, es tut mir leid. Für die Story zocke ich es mal wieder ein bisschen. Äh, äh, äh. Was? 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 Ich bin schnell, ich bin schnell! H-h-h-h-h-h-h-h-h-h! H-h-h-h-h-h-h! Drei Schläge und tot ist er. Oh cool, sie wieder. Oh cool, Drei Schläge und tot ist es. Du bist... Du bist... Du bist... Du bist... Du bist... Du bist... Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden, aber... Die geben einfach nicht auf. Kann ich mal mit Shang-Li kämpfen, bitte? Ich muss nicht auf die Kirche gehen. Ich bitte Sie. Ah! Geh! Geh! Hm. Die Wälder der Wälder ist sehr schön. Ich möchte es nur mit diesem Hand nehmen. So, die sind am infiltrieren, anscheinend. Nochmal ab in der Shadow-Loop-Basis. Man, ich muss es nicht so sagen, was ich... Es gibt einen Bega. Ich werde den Jägen, was ich. Oh, 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 oh! Die Nachrichten, die Kanzuki sind hier. Die Zwiebel ist die Unterschiede. Wenn du dich in die Zwiebel behalten, den sie sich erhöhen. Wenn du dich in die Zwiebel behalten, das ist die Zwiebel ist, und sie werden die Zwiebel. Ich weiß nicht, dass du dich leichter fühlst. Ich weiß nicht, dass du mir nicht mehr Zeit hast. Wenn du mich überrascht hast, dann sterbe ich! Na ja, ich weiß nicht was, was ich weiß, aber wenn du etwas möchtest, dann schau dir das! Du bist so richtig. Aber ich habe keine Ahnung. Du bist so richtig. Aber ich habe keine Ahnung. Da trennen sich die Wege, aber hier die Kanzugi kommt da auch noch dahin, die Karin und alles. Mit Rainbow Mika und Ibuki, glaub ich. Dann verteilt euch mal besser. Ja, da ist sie doch. Okay, dann lassen wir hier die Hand nehmen. Ich werde das in den alten Dingen mit Wasser rausnehmen. Ich bitte nicht, dass du nicht mit dem Kanzugelhändler in den Kanzugelhändler in den Kanzugelhändler in den Kanzugelhändler in den Kanzugelhändler. Das ist ja auch so, wie du siehst. Ach so, das sind die Kanzugelhändler in den Kanzugelhändler. Perfekt K.O. Ja sie macht Spaß muss ich sagen, sie macht Spuss. Oh, die Buki haben wir nur nicht, stimmt. Die Buki haben wir nicht so gut. Thun, die Buki haben wir nicht so gut. Sie können doch nicht so gut. Die Buki haben wir nicht so gut. Sie dürfen auch nicht so gut. Entschuldigung, die Buki ist es nicht so gut. Hm. 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 Boah. Boah. Direkt massakriert den Typen. Oh. Mike Tyson am Start. Ihr werdet das? Wenn ihr es möchtet... Wenn ihr es möchtet... Ich bin! Was ist vor allem... Ihr werdet den Typen- Was ist drin? Wuh! Wuh! Was sind mit ihr? Wuh! 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 DICKER TRITT IN DI FRESSE! Hoffentlich gibt das Menge ganz, ganz, ganz viel Fight Money. Ich würde mich freuen, weil es gibt einiges zu holen. Ich würde mir Charaktere kaufen. Stages vor allen Dingen sind mir am wichtigsten. Oh, sie müsste K.O. sein. Hm? Muscles! Der Arme, ey. Muss nochmal ran. Und dann war es. Der Arme, ey. 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 Sehr gut. Und klaut ihm die kleine Figur. Ich will mal Puppe sagen. Das hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Der Arme, ey. 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 Ich habe ihn mit dem Hacker geholfen, was er mit dem Hacker zu retten. Ich habe die Frage nachher, und erst einmal auszudrücken. Der Mensch... muss man nicht nachdenken. Der Mensch? Man muss man nicht nachdenken. Deswegen... muss man noch nicht weg. Ja, lass einfach so ein kleines Kind da rumrennen. Aber es gibt Wichtigeres. Die ganze Welt zum Beispiel. Können wir uns keine Sorgen um so ein kleines Kind machen. Verdammt nochmal. Hey, Bibi, ich bin gleich bei dir. So Leute, den Kampf machen wir noch und danach ist die Folge beendet. So, kein Problem für uns Leute.